Ja, im Zuge meiner Tutorial-Reihe möchte ich euch heute mal zeigen, wie ihr für eure Garmin-Geräte eigene Trainings erstellen könnt. Ihr habt ja natürlich die Möglichkeit, hier Trainingspläne zu nutzen, aber ihr könnt natürlich auch eigene Trainings erstellen, gerade wenn ihr in einem fortgeschrittenen Bereich unterwegs seid und wisst, was ihr machen wollt, habt ihr auf jeden Fall auch hier die Möglichkeit, das selber zu tun. Ich habe hier mal eine kleine Auswahl an Uhren, die das unterstützen. Wir haben zum Beispiel die Frontier 255, aber auch natürlich die 265er unterstützt das Ganze, wie natürlich auch die Apex und Phoenix Uhren. Was auch noch unterstützt wird, ist zum Beispiel die Venue 2 Plus oder die Venue 2. Ebenfalls haben wir dann auch den Edge 1040, der das Ganze unterstützt oder auch den Edge 830 bzw. 530. Es gibt aber auch Geräte, die das nicht unterstützen. Zum Beispiel wäre jetzt hier die Vivo Move Trend, die jetzt neu herausgekommen ist, die unterstützt das Ganze hier an dieser Stelle nicht. Also hier könnt ihr keine eigenen Trainings durchführen. Da könnt ihr jediglich nur die Aktivität aufzeichnen. Aber auch bei den Fahrradgeräten ist zum Beispiel hier der Explorer 2 von Garmin. Der unterstützt hier auch keine eigenen Trainings. Der ist wirklich mehr so fokussiert auf Navigation. Ihr könnt zwar auch mit diesem Gerät trainieren, also gegen eigene Strecken antreten, aber hier eigene Trainings durchführen ist an dieser Stelle nicht möglich. Wir können mal ganz kurz schauen. Wir sehen hier Training und dann gibt es hier zum Beispiel die Möglichkeit, einen Smart Trainer zu trainieren. Man kann sich Ziele einrichten oder gegen eigene Aktivitäten antreten, aber wie gesagt, es ist hier nicht möglich, eigene Trainings zu erstellen und diese durchzuführen. Ja, wie richtet man das Ganze dann ein? Ich zeige euch das Ganze jetzt hier am iPhone. Ich bin jetzt hier in der Garmin Connect App. Besser gesagt, ich bin jetzt hier in der Komplettübersicht. Um die Trainings zu erstellen, müsst ihr einfach unten auf die drei Punkte gehen, auf mehr. Und dann kommt ihr hier schon in die Übersicht hinein. Dann sehen wir hier Aktivitäten, Gesundheitsstatistik und dann gibt es hier Training und Planung. Da gehen wir einfach jetzt mal rein und dann sehen wir schon hier mehrere Möglichkeiten. Wir haben natürlich die Möglichkeit, hier Trainingspläne zu nutzen, zum Beispiel jetzt den Garmin Coach. Wir sehen hier, ich habe zehn Trainingspläne gemacht, beziehungsweise ihr könnt das Ganze für das Radfahren und Laufen nutzen. Das ist einfach klassisches Trainieren. Da wird ihr dann entsprechend unterstützt und könnt hier danach trainieren. Es gibt dann auch die Möglichkeit, hier PS-Pro-Strategien anzulegen. Das ist einfach dafür da, um hier eine Zielzeit zu erreichen. Es gibt Uhren, die das Ganze unterstützen, beziehungsweise äquivalent ist hier der Power Guide. Das ist jetzt hier für die Fahrrad-Navis, wie zum Beispiel jetzt hier den 1040, der das Ganze unterstützt. Hier könnt ihr dann auch einen Powerplan hinterlegen, um hier das Ziel zu einer gewissen Zeit zu erreichen, beziehungsweise hier zu beenden. Das ist aber jetzt nicht relevant, um das Training zu erstellen. Wir gehen jetzt einfach oben hier auf Trainings und dann sehen wir schon eine Vielzahl an Trainings, die ich jetzt selber schon mal angelegt habe, beziehungsweise dann auch mal getestet habe oder dann hier auch zum Beispiel hier von TrainingPeaks importiert habe. Es ist nämlich so, ihr könnt bei TrainingPeaks eigene Trainings erstellen, beziehungsweise da auch nach einem Trainingsplan arbeiten. Und dann wird das Ganze hier, wenn ihr die Konten miteinander verbunden habt, auch direkt hier synchronisiert und könnt diese dann auch nutzen. Das sieht man hauptsächlich an dieser Bezeichnung, dass die dann von TrainingPeaks kommen. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, dann hier Trainings zu suchen. Wir sehen jetzt hier, wir bekommen ein kleines Angebot an Workouts. Das sind hauptsächlich Workouts, die teilweise auch dann hier mit Videos unterstützt werden. Und hier dann auf den Uhren, wie zum Beispiel Venue 2 Plus oder aber natürlich auch hier die Phoenix Uhren und Apex Uhren, dann hier animierte Workouts angezeigt werden, die ihr dann hier durchführen könnt. Wir wollen jetzt aber ganz einfach ein Training erstellen. Dafür gehen wir jetzt einfach hier auf das Plus und dann sehen wir schon, für welche Einheiten wir das Ganze alles machen können. Wir haben einmal Laufen, Radfahren, die Klassiker, aber natürlich auch Krafttraining, Cardio, HIT ist dabei und Pilates und Yoga. Ich werde euch das Ganze jetzt einfach mal fürs Laufen zeigen, weil es hier auch verschiedene Möglichkeiten gibt, das Ganze ja durchzuführen beziehungsweise zu planen. Das Gleiche ist natürlich dann aber auch fürs Radfahren. Da können wir dann auch gleich nochmal reinschauen. Wir gehen jetzt einfach hier auf Laufen und dann geht hier auch schon ein Lauftrainingbereich oder ein Lauftrainingsübersicht auf. Wir sehen hier, das ist Nummer 4. Ich habe schon welche erstellt. Da bekommen wir jetzt einfach schon mal drei Abschnitte defaultmäßig angezeigt. Einmal das Warm-Up, also quasi das Aufwärmen, dann hier die Einheit an sich und den Cooldown. Ihr habt dann auch immer die Möglichkeit, das Ganze dann hier Abschnitte hinzuzufügen. Das ist einfach hier unten. Das machen wir jetzt einfach mal. Dann werden hier die mittleren Abschnitte, die Trainingsabschnitte hier hinzugefügt. Wir haben hier oben die Option, dann bei Notizen den Namen einzugeben. Ich nenne das jetzt einfach mal Test. Wie gesagt, wir haben die Möglichkeit, hier die eigenen Abschnitte auch zu verwalten. Und es ist eigentlich ganz einfach. Wir gehen zum Beispiel ins Warm-Up hinein. Da drücken wir einfach hier drauf und dann bekommen wir hier den Abschnittstyp angezeigt. Wir können hier eine Notiz hinterlegen und wir können dann hier bei Dauer auch sagen, wie lange der Warm-Up laufen soll, beziehungsweise wir können auch sagen, eine gewisse Distanz, Zeit oder eine Herzfrequenz. Wir nehmen jetzt einfach mal die Zeit. Dann gehen wir einfach hier auf die Dauer und sagen wir hier, wir möchten das Ganze jetzt einfach mal fünf Minuten machen. Und dann haben wir hier, ja, fünf Minuten ein Warm-Up. Dann gehen wir einfach wieder zurück und schon sehen wir hier fünf Minuten bei einer Distanz von 0,7 Kilometer. Das wäre so die geschätzte Distanz, die ich jetzt hier in der Zeit laufen würde, um hier das Warm-Up durchzuführen. Das ist vielleicht ein bisschen kurz. Wenn wir mal zehn Minuten, das ist vielleicht effektiver und dann sehen wir jetzt auch hier, dann erhöht sich das Ganze hier auf 1,4 Kilometer. Das ist jetzt so quasi die Hochrechnung anhand meiner Pace, die ich mal laufe, damit ihr das Ganze dann auch von der Distanz her ein bisschen besser einschätzen könnt. So, jetzt habe ich mir hier schon verschiedene Laufoptionen hingelegt. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, wenn was zu viel ist, hier das Ganze wegzuexen. Sagen wir hier zum Beispiel löschen, dann machen wir das Ganze jetzt einfach mal weg. Und wenn wir jetzt hier ins Laufen hineingehen, da können wir jetzt auch mal reingehen, da haben wir dann auch die Möglichkeiten, hier verschiedene Sachen zu definieren. Wir haben einmal hier die Abschnittstypen, da gehen wir mal rein. Wir haben dann zum Beispiel hier Warm-Up, das macht natürlich jetzt keinen Sinn. Wir haben jetzt hier Laufen, aber natürlich auch die Erholung, beziehungsweise Pause, Cooldown und Sonstiges. Wir nehmen an dieser Stelle jetzt einfach mal das Laufen. Sagen wir mal, gehen wir da zurück. Und dann sehen wir jetzt hier, das Laufen ist jetzt geblieben. Und nun haben wir die Möglichkeit, hier das Training zu definieren. Wir sagen jetzt einfach die Dauer. Ich mache jetzt einfach mal einen Intervall von 800 Metern, was ich gerne machen wollen würde. Dann sagen wir einfach, ich möchte gerne Distanz nutzen. Das ist natürlich schon ausgewählt. Und dann sage ich, die Dauer soll hier 800 Meter sein. Nehmen wir einfach hier auf 0. Dann gehen wir hier auf 800 Meter. Das Ganze können wir hier dann mit dem Rad einstellen. Wenn wir das ausgewählt haben, sagen wir einfach fertig. Und jetzt haben wir schon mal die Distanz eingestellt. Ihr habt jetzt aber auch die Möglichkeit, hier die Zieltypen zu definieren, nachdem ihr trainieren wollt. Dafür gehen wir einfach auf Intensitätsziel. Und dann sehen wir jetzt auch schon die Möglichkeiten, die wir haben. Wir haben einmal die Pace, dann die Tritt- bzw. Schrittfrequenz, als auch der Herzfrequenzbereich, falls ihr danach trainieren wollt. Benutzerdefinierter Herzfrequenzbereich, natürlich den Leistungsbereich und Benutzerdefinierte Leistung. Ich möchte das Ganze jetzt einfach hier klassisch mit der Pace machen. Und dann sehen wir auch schon, unten wird eine Zielpace eingegeben. Das ist jetzt für mich aber zu langsam. Ich möchte das Ganze zum Beispiel in 5 Minuten machen. Und dann kann ich noch sagen, okay, von 5 Minuten bis etwa, ja, so eine kleine Toleranz sollte man immer geben, damit man jetzt nicht die ganze Zeit Alarme auf die Uhr bekommt. Dann mal einfach mal hier, geben wir noch 30 Sekunden dazu. So, dann mal fertig. Und so haben wir jetzt hier unser erstes Intervall eingerichtet. Und dann sehen wir jetzt auch schon 0,8 Kilometer in der Pace. 5 bis 5,30 bzw. dann hier, ja, 4 Minuten 10 wird das Ganze etwa dauern. Dann gehen wir jetzt auf die zweite Option. Da sagen wir jetzt einfach, okay, ich möchte jetzt hier mich erholen. Dafür geben wir jetzt wieder einen Abschnitt. Dann sagen wir hier Erholung. Und dann sagen wir einfach hier eine gewisse Zeit. Dann nehmen wir jetzt auch dann nicht die Distanz, sondern die Zeit nehmen wir dann. Und sagen dann hier 3 Minuten erholen. Das ist eigentlich gerade ideal. Und das ist die Zeit, wo ich dann einfach ein bisschen langsamer laufen möchte. Und dann gehen wir zurück. Und so haben wir dann schon hier auch eine andere Farbe. Das sehen wir dann hier. Eine Erholung. Jetzt machen wir noch ein zweites Intervall. Da möchte ich euch nämlich noch eine zweite Möglichkeit zeigen, nachdem ihr trainieren könnt. Und da sagen wir jetzt einfach, die Distanz soll jetzt 0,8 Kilometer sein. Und hier nehme ich jetzt einfach als Zieltyp nicht die Pace, sondern hier den Leistungsbereich. Warum den Leistungsbereich? Ist eigentlich ganz einfach. Wenn ihr jetzt im hügeligen Gebiet unterwegs seid, dann ist es auf jeden Fall von Vorteil, nach Arbeit zu trainieren. Also nicht nach der Zeit, sondern die Arbeit, die ihr verrichtet. Weil es ist natürlich entscheidend, wie ihr den Berg hochlauft. Das kostet ja auch gewisse Arbeit. Und die ist natürlich anders als auf den Geraden. Wenn ihr zum Beispiel 300 Watt im Geraden lauft und 300 Watt im Berg, dann ist das die gleiche Leistung. In der Pace wäre das aber zum Beispiel im Flachen dann, ich sag mal, einfach eine 5,20 und auf dem Berg 7,40. Als Beispiel jetzt. Und da wären auf jeden Fall große Unterschiede. Und das kann man hier mit vermeiden. Dann sagen wir einfach nochmal Ziel. Dann sehen wir uns einfach Leistungsbereich 4. Ihr müsst auch dazu wissen, Garmin ermittelt das selber. Also ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, das selber zu definieren. Aber Garmin, wie gesagt, rechnet es dann auch hier anhand der Uhren, die das Ganze unterstützen, auch aus. Wir können auch noch eine Wiederholung hinzufügen. Dann sehen wir hier, dann bekommen wir das Ganze gleich nochmal hier aufgelistet, hier oben. Dann haben wir das hier nochmal dabei. Dann können wir auch noch sagen, ich möchte das jetzt zum Beispiel noch 5 Mal machen. Und so habt ihr dann hier das Ganze dann auch mal in der Wiederholung. Wenn dann die Reihenfolge nicht passen sollt, habt ihr natürlich auch noch die Möglichkeit, hier über die drei Striche das Ganze hier noch einzustellen und entsprechend zu verwalten. Das wollen wir jetzt nicht. Wir sagen jetzt einfach, wir speichern das Ganze. Wir nennen das jetzt einfach noch hier auch mit dem Namen. Und schon haben wir das Ganze dann hier gespeichert. Um das Ganze dann zu übermitteln, gehen wir nochmal in das Training hinein. Und dann sagen wir jetzt einfach hier oben, da ist so ein Pfeil aufs Handy. Da gehen wir jetzt einfach drauf. Dann sehen wir hier die kompatiblen Geräte, die das Ganze hier unterstützen fürs Laufen. Da sehen wir jetzt auch schon zum Beispiel, die Vivo Move Trend unterstützt das nicht. Oder die Vivo Active 3 ebenfalls nicht. Aber natürlich auch nicht der Edge 1040, weil es natürlich eine Laufeinheit ist. Der kann das Ganze dann auch nicht unterstützen. Die Uhren, die ich jetzt aktuell verbunden habe, werden zum Beispiel 452 oder 265. Wir nehmen jetzt einfach die aus. Und dann beim nächsten Synchronisieren haben wir dann auch das Training hier auf der Uhr. Und so ist es natürlich dann auch, wenn wir jetzt fürs Radfahren nochmal reingehen. Da können wir auch nochmal kurz reinschauen. Da gehen wir auch nochmal auf Trainings und Training erstellen, Radfahren. Es ist vom Prinzip dann das Gleiche. Wir sehen auch hier wieder diese Abschnitte, die wir haben. Und wenn wir jetzt einfach mal auf das Mittlere gehen, da habt ihr dann auch die Möglichkeit, hier die Abschnittstypen zu definieren. Ebenfalls hier mit Pause, Cooldown etc. Also es ist wie gesagt hier genauso. Der einzige Unterschied an der Stelle ist dann hier, dass man natürlich dann die Trittfrequenz beziehungsweise die Geschwindigkeit nutzen kann. Auch den Leistungsbereich. Hier ist es aber natürlich dann entscheidend, dass ihr dann auch ein Leistungsmesser habt. Also es heißt ein Leistungsmesser am Fahrrad. Sei es jetzt ein Indoor-Trainer oder eine Pedale, die das Ganze unterscheidet. Und wir können hier auch noch sekundäre Ziele hinzufügen. Das wäre hier unten zum Beispiel dann auch noch die Geschwindigkeit Trittfrequenz, wo man dann sagt, okay, wir möchten jetzt 80 bis 90 Tritte pro Minute machen. Und so könnt ihr das Ganze dann auch nochmal hier fürs Fahrrad entsprechend einrichten. Und da ist es dann genauso, wenn wir jetzt hier reingehen und das Ganze jetzt hier teilen wollen. Dann werden wir jetzt sehen, dass hier die Uhren das unterstützen. Also es gibt ja auch viele Uhren, die natürlich auch Radfahren unterstützen. Aber auch dann hier dann der Edge 1040 Solar. Der unterstützt das natürlich an dieser Stelle dann auch. Ja, wie starte ich dann das Training? Das ist bei allen Uhren dann gleich. Wir gehen jetzt hier einfach in diese Aktivität hinein. Da gehen wir einfach rechts oben aufs Laufen, in dem Fall fürs Lauftraining. Das wählen wir jetzt hier aus. Und dann bekommt ihr dann, je nachdem wie die Uhr das Ganze unterstützt, dann hier auch tägliche Trainingsvorschläge angezeigt. Wir gehen jetzt einfach raus. Wir skippen das unten hier mit der Taste. Dann geht er hier auf die mittlere Taste von der Uhr. Und dann gibt es hier den Bereich Training. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Und da sehen wir es schon Trainings. Und da gehen wir jetzt auch nochmal rein. Sagen wir hier auswählen. Und dann sagen wir einfach Training starten. Und dann geht es auch schon direkt hier gleich mit dem Training los. Wir sehen hier Warm-Up. Und so könnt ihr dann das Ganze durchführen. Ihr könnt das Ganze aber auch skippen, wenn ihr nicht wollt. Also hier läuft dann auch ein Timer runter. Und wenn ihr skippen wollt, geht ihr einfach unten auf die Lab-Taste. Das ist rechts unten in dem Fall. Und dann sehen wir hier, das Ganze wird dann hier. Live-Track wird auch gerade gestartet. Sehen wir 800 Meter, ad 5 bis 5,30. Und dann sehen wir hier auch in dem Bereich, wo wir dann unterwegs sein sollen. Das Grün ist dann der Optimalbereich. Das Rot ist dann außerhalb des Trainings. Und das könnt ihr natürlich dann auch an dieser Stelle skippen, wenn ihr das möchtet. Ja, wie funktioniert das dann mit dem Edge 1040? Hier gibt es ja den Bereich Training. Das sehen wir hier. Und da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Und hier bekommen wir dann auch so eine kleine Übersicht, was wir alles machen können. Wir gehen jetzt hier auf Trainings. Und da sehen wir auch schon hier, das Radfahrtraining ist auch enthalten, was wir erstellt haben. Da gehen wir einfach mal drauf. Und dann bekommen wir auch nochmal eine kleine Übersicht angezeigt, wie sich das Ganze zusammensetzt. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, mit dem Stift hier oben das Ganze nochmal einzustellen oder fein zu justieren. Und da geht ihr dann einfach auch auf Los. Und hier könnt ihr dann auch euer Training dann durchführen. Ja, das sollte einfach mal ein kleines Tutorial sein, wie ihr eigene Trainings erstellen könnt. Ihr seht, wir haben jetzt ganz, ganz viele Möglichkeiten mit den Garmin-Uhren. Es wird auch noch weitere Tutorials rund um die Garmin-Uhren geben. Falls dich das interessiert, lass auf jeden Fall gerne ein Abo da. Wenn du noch mehr rund um Garmin sehen willst, ich verlinke dir oben meine Playlist rund um Garmin. Beziehungsweise, wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke dir auch mal eine Best-of-Playlist meines Kanals. Da siehst du, was sonst noch alles hier so stattfindet. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.